Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Tina Mayer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist. Mein Name ist Tina Mayer-Schneider. Ich bin wissenschaftliche Referentin am Roman-Herzog-Institut. Und mit diesem Podcast bringe ich Menschen nach vorne, die mit ihren Ideen und Wirken etwas bewegen. In der zweiten Staffel geht es um das Thema strategische Führung. Heute zu Gast Ruprecht Pottsun. Recht ist immer ein Mechanismus, um Macht zu begrenzen und einzugrenzen. Und dafür bin ich auch immer noch mit Leidenschaft Jurist. Mach was aus deinem Leben, du kannst das, vertraue dir selbst und nimm dein Schicksal in die eigene Hand. Das ist mal sozusagen mein Starting Point. Und dafür kämpfe ich und dafür möchte ich den rechtlichen Rahmen so gestalten, dass das funktioniert. Lest doch Zeitung, Leute. Und zwar eine gedruckte Zeitung auf Papier, solange es noch Papier gibt und solange es noch Zeitungen gibt. Ruprecht Pottsun ist Jurist und Hochschullehrer an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Dort ist er Inhaber des Lehrstuhls für bürgerliches Recht, deutsches und europäisches Wettbewerbsrecht und Direktor des Instituts für Kartellrecht. Seit 2013 ist er Affiliate Research Fellow am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München und der jüngste Neuzugang im wissenschaftlichen Beirat des Roman-Herzog-Instituts. Herzlich willkommen, Herr Pottsun. Hallo, Frau Meier-Schneider. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Ja, danke für die Einladung. Ja, mit Ihnen ist die Latte auch schon extrem hochgelegt, denn heute habe ich einen Podcast-Profi an meiner Seite. Ihr Podcast heißt Bei Anruf Wettbewerb. Was sind dort Ihre Gesprächsthemen? Das Wichtigste dort ist mein Gesprächspartner. Das ist Justus Haukapp. Der ist vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht bekannt als ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission und einer der führenden Wettbewerbsökonomen in Deutschland, also ein Volkswirt. Und wir zwei unterhalten uns immer, ich glaube so alle zwei Wochen typischerweise, über Fragen des Wettbewerbs. Jetzt gerade haben wir über die Tankstellenpreise gesprochen. Wir besprechen, was das Bundeskartellamt so treibt oder die Europäische Kommission, wie wir die Plattformen-Giganten zähmen können. Und ja, also dringende Abo-Empfehlung bei Anruf Wettbewerb. Ich sage es nochmal, so viel Werbung sei mir hoffentlich erlaubt bei Ihnen für unseren kleinen Wettbewerbs-Podcast, der allen Spaß machen soll, die sich für Wirtschaftspolitik und natürlich vor allem für Fragen des Wettbewerbs interessieren. Na klar, wir sind ja nicht im Wettbewerb mit unserem Podcast, aber was ich durchhöre ist, Wettbewerb ist ja Ihr Thema. Und wenn man Ihre Veröffentlichungen sich anschaut und ich mich reingelesen habe, dann wird ziemlich klar, Sie mögen weder Kartelle und Marktmacht bei Unternehmen. Und Plattformen kriegen auch ein großes Fragezeichen. Wieso ist das so, Herr Portzun? Ja, das ist, glaube ich, einfach die Frage, ich will jetzt gar nicht so zu tief gehen in meine ganz, ganz grundlegenden Vorstellungen, aber vielleicht muss man das tatsächlich tun. Also Kartellrecht ist ein Rechtsgebiet, das ist ja mein Spezialgebiet, bei dem es immer um die Kontrolle von Macht geht, um die Kontrolle von wirtschaftlicher Macht. Und wenn man, so wie ich jetzt, irgendwie jemand ist, der meint, dass der Mensch, so wie er ist, als Individuum eine ganz starke Person, Persönlichkeit sein soll, jemand ist, der autonom, selbstbestimmt handelt, dann wird das durch Macht immer bedroht. Ob das jetzt wirtschaftliche Macht ist, ob das staatliche Macht ist, ob das persönliche, psychologische Macht ist oder so. Und Recht ist immer ein Mechanismus, um Macht zu begrenzen und einzugrenzen. Und dafür bin ich auch immer noch mit Leidenschaft Jurist. Manche fragen sich ja immer, Gott, wie Jura, das ist ja fürchterlich trocken und langweilig und so. Das sehe ich natürlich ganz anders, sonst wäre ich da sicherlich nicht diesen Weg gegangen. Aber was mich an Recht eben immer noch total fasziniert, ist, dass es die Kraft hat, Macht einzugrenzen und selbst den Stärksten in der Gesellschaft, denjenigen mit den meisten Mitteln, mit dem meisten Geld irgendwie Grenzen zu setzen. Und das machen wir im Kartellrecht eben auch. Und das ist ganz wichtig, damit dann alle anderen ihre Freiheit und ihre Würde als Menschen ausleben können. Dass Sie dafür mit Leidenschaft brennen, das wird deutlich. Herr Pottsun, Sie streiten auch gerne für diese Themen. Wo haben Sie das Streiten gelernt? Streiten ist ja erstmal auch ein, das liegt ja auch im Wettbewerb irgendwie begründet. Also beim Wettbewerb geht es ja auch immer darum, dass man wirklich darum ringt, die besten Ideen zu finden, die besten Lösungen zu finden. Also das ist schon was sehr Wettbewerbliches. Aber ich habe das Streiten gelernt, auch tatsächlich während meiner Studienzeit so ein bisschen. Da war ich in dieser Debattierszene aktiv. Das kennen viele in erster Linie aus England, wo das Debating in Oxford und Cambridge schon seit vielen, vielen Jahrzehnten ganz etablierter Bestandteil der Universitätskultur ist. Also auch dieser klassische englische Schlagabtausch, wie man das so aus dem Parlament immer kennt und bewundert. Und in Deutschland gibt es aber inzwischen auch eine ziemlich gut entwickelte Debating- oder Debattierszene mit so studentischen Clubs, wo man sich einfach um Positionen streitet und gerne auch mal sozusagen, also unabhängig von der eigenen Meinung, damit man einfach sozusagen diesen Wettstreit der Ideen auch rhetorisch ausficht. Und das hat mir im Studium immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war eine lustige Zeit. Kurzer Hinweis, 8. Minute Online-Debattiermagazin von und mit Ruprecht Potzum. Immerhin gefördert von der Zeitung der Zeit und Medienpartner ist auch das ZDF bei der ganzen Geschichte, wo Sie engagiert sind. Da graben Sie jetzt weit in meiner Historie. Also die 8. Minute habe ich tatsächlich mal mitgegründet. Und meine beiden Mitstreiter damals, eine davon ist auch eine bekannte deutsche Journalistin geworden. Es freut mich bis heute, dass wir zusammen damals dieses Debattiermagazin gegründet haben. Das heißt die 8. Minute, weil eine typische Debattierrede in diesen studentischen Debattierclubs dauert 7 Minuten und das ist jetzt sozusagen das Magazin für die 8. Minute. Wir haben das damals noch echt so zusammengeschnippelt und so weiter. Jetzt machen das andere Leute, also jetzt in der studentischen Generation sind. Ich stehe dem natürlich immer noch mit viel Sympathie gegenüber, aber ich habe da jetzt momentan nichts mehr mit zu tun, sozusagen im Sinne von ich bin da nicht mehr aktiv. Da sollte ich mir jetzt also nicht die Lorbeeren der Leute anstecken, die das momentan echt mit wahnsinnig viel Power und Einsatz machen und natürlich mit einer ganz anderen Medienkompetenz, als wir sie vor, was weiß ich, 20 Jahren hatten. Mit Leidenschaft für ein Fachthema brennen, Herr Pottsund, Sie sind einmal in einem Zeitungsartikel als der etwas andere Juraprofessor bezeichnet worden. Das war zu Ihrer Lehrtätigkeit in Bayreuth. Was wollte uns die Autorin denn mit dieser Überschrift zu Ihnen sagen? Ja, gute Frage. Das tut vielleicht manchen Kolleginnen und Kollegen auch Unrecht, aber im Sinne von, es gibt natürlich ganz viele Juraprofessorinnen und Professoren, die auch mal, ich sage mal, andere Wege in Jura gehen oder die es vielleicht auch nicht mehr so ganz klassisch unterrichten. Darum bemühe ich mich jedenfalls ab und zu auch. Und das hat sie, glaube ich, damals im Blick gehabt. Man muss natürlich schon sehen, dass Jura auch durchaus, also es ist erstens ein sehr anspruchsvolles und anstrengendes Studienfach. Da braucht man sich nichts vorzumachen. Und es ist auch ein Studienfach, das sich wirklich sehr, sehr lange Zeit erfolgreich gewährt hat gegen Reformen. Also wir haben ja zum Beispiel immer noch das Staatsexamen, keinen Bachelor, keinen Master, so wie in vielen anderen Fächern. Und im Wesentlichen unterrichten wir Jura oft noch so wie vor 100 Jahren oder wie schon immer sozusagen, auch was den Stoff angeht und so. Und das ist ein schwieriges Thema, weil man müsste das sicherlich mal irgendwie reformieren. Diese Reformen sind aber ganz schwierig und sicher hat das auch so, wie es ist, ganz viele positive Seiten. Aber ich versuche halt einfach irgendwie den Studentinnen und Studenten da den Zugang etwas zu erleichtern, auch ein bisschen wegzukommen von einer Tendenz, die wir auch ganz schlimm im juristischen Studium haben, nämlich immer so auf die super Noten zu schielen. Ja, also diejenigen unter unseren Hörerinnen und Hörern, die das kennen, die wissen, wie die Jurastudierenden vor dem Examen bibbern und beben, dass sie da irgendwie eine gescheite Punktzahl rausholen. Und dann gibt es so Leute, die meinen, also unter neun Punkten ist man gar kein Mensch, so ungefähr. Und das sind dann aber nur 10, 20 Prozent der Leute, die diese höheren Punktzahlen erreichen. Und das ist so eine Kultur, ein Mitarbeiter von mir nennt das die toxische Lernkultur, die wir haben. Und ich glaube, da gibt es schon einfach auch vieles, was da im Argen liegt. Und ab und zu bemühe ich mich, aber das sind natürlich auch, will ich jetzt auch gar nicht überbewerten, aber das bemühe ich mich, das so ein bisschen aufzubrechen und vielleicht den Leuten auch zu zeigen, ja, ihr könnt schon was, keine Sorge. Und das scheint schon etwas anders zu sein. Geben Sie uns eine Idee, was machen Sie anders in Ihrer Vorlesung? Was mir einfach wichtig ist, ist, dass die Studierenden selbst tätig werden, dass die mitdenken, dass die vielleicht auch ein bisschen hinter die reine Normanwendung, also dahinter gucken, wie wir so Fälle lösen. Und dass die sich einfach auch anfangen zu begeistern für dieses Fach. Also damals, als ich in Bayreuth war, das war ja meine erste Professur, übrigens eine herrliche Zeit auch. Ich habe das in ganz, ganz positiver Erinnerung, die Jahre in Bayreuth, das ist auch so eine herrliche Campus-Uni da. Und da hatten wir so einen Slogan an meinem Lehrstuhl entwickelt, der hieß Jura kann auch Spaß machen. Und das war auch irgendwie unser Anspruch, das soll halt auch Spaß machen. Und natürlich weiß ich auch, wenn ich jetzt jemandem erkläre, wie eine Hypothek funktioniert, oder was gilt, wenn irgendwie ein Auto einen Mangel hat und welche Gewährleistungsvorschriften dann gelten und so weiter. Das ist jetzt nicht immer sofort so, dass man sagt, wow, ist das lustig und da begeistere ich mich brennend für. Aber diesen Anspruch überhaupt zu haben, dass das Spaß macht, dass das eben nicht nur Disziplin erfordert und dass das nicht nur irgendwie auswendig lernen ist, was es überhaupt nicht ist, aber das ist ja auch so ein gängiges Bild. Und dass es nicht nur irgendwie ein Kampf ist, das ist schon irgendwie so der Anspruch. Und der zieht sich dann eher so durch die kleinen Details, dass man irgendwie auch mal witzige Aktionen macht oder dass man mit den Studis eben über den engeren Tellerrand hinausschaut und so. Ich habe nachgelesen, dass Sie Videos gerne einbinden, auch mal gute Fotos zeigen. Und was mir besonders hängen geblieben ist, ist, dass Sie Studenten gerne mal mit... Frau Kollegin, kommen Sie doch mal, werden Sie wach, tragen Sie was bei, direkt ansprechen, was vielleicht ein bisschen anders ist als das, was Sie vorher beschrieben haben, wie wir uns die Jura-Vorlesung noch von vor 100 Jahren vorstellen. Ja, man muss, glaube ich, schon so ein bisschen immer berücksichtigen. Also wenn das jetzt Leute hören, die nicht Jura studiert haben, die werden sich die Augen reiben und sagen, Hä, was soll denn daran besonders sein? Weil es natürlich in ganz vielen anderen Fächern, wenn ich irgendwie eine kleine Seminargruppe habe mit 10 Leuten und mit denen arbeite ich irgendwie einen Text durch oder ich stehe im Labor mit jemandem zusammen oder so, dann hat man natürlich eine ganz andere Partizipation, eine ganz andere Beteiligung und so, als wir das haben. Wir haben wirklich leider immer noch sehr große Vorlesungen zum Teil mit, was weiß ich, 200 Leuten oder so, wo es so klassische Lehrmethoden wie den Frontalunterricht gibt. Das ist in Jura eben doch durchaus noch typisch und da wäre sicherlich ein bisschen Modernisierung nötig. Und vor dem Hintergrund muss man das immer sehen. Also das ist ja jetzt nichts, was ich als weltbewegend bezeichnen würde. Was mir da vielleicht fast schon wichtiger ist, ist, dass die Leute ihr Studium als Studium begreifen, bei dem sie die Chance haben, sich zu entwickeln, bei dem sie neue Dinge kennenlernen, bei dem sie eine so freie Zeit haben, wie es später im Leben eigentlich nicht mehr der Fall ist. Und da sind die Jurastudentinnen und Studenten, weil sie eben so sehr stark fokussiert werden aufs Lernen, auf diese Examensvorbereitung und so, sind da sicherlich Leute, die vielleicht ein bisschen weniger von diesen Möglichkeiten mitnehmen und das zu pushen und zu fördern und die Leute mal in die Oper mitzuschleifen, was wir in Düsseldorf jetzt mal gemacht haben oder mal Leute einzuladen, die ihnen irgendwas erzählen aus einer Lebenswelt, mit der sie sonst nicht so in Kontakt kommen. Das sind so die Sachen, die mir eigentlich wichtig sind. Gerne möchte ich aber doch noch erwähnen, dass Sie den Preis für gute Lehre an den staatlichen Universitäten in Bayern gewonnen haben, den Ars Legendi-Fakultätenpreis für Rechtswissenschaft und auch gleich nach ihrem Wechsel nach Düsseldorf, die nächste Station nach Bayreuth, auch dort den großen Lehrpreis der Heinrich-Heine-Universität gewonnen haben. Also, wenn Sie die Möglichkeit haben, jeder, jeder, der zuhört, vielleicht setzen Sie sich mal rein und schauen sich mal an, wie Herr Potzun unterrichtet. Bevor wir nach Düsseldorf gehen, Herr Potzun, noch ein Tipp an die Studenten heute in Bayreuth, an die Studentinnen heute in Bayreuth, wo lässt es sich abends gut, wenn man dann mit den anderen debattieren möchte, vielleicht auf ein Feierabendgetränk gehen? Oh je, jetzt muss ich mich zurückerinnern. Also, es war in Bayreuth übrigens auch immer eine sehr schwierige Situation. Man fängt dann an als Professor. Ich war dann ja junger Prof. Es war meine erste Professorenstelle in Bayreuth. Und natürlich war ich ganz ergriffen davon, dass ich jetzt Professor bin, ja, wie man sich das so vorstellt und freute mich darüber. Und dann ist das ja auch mit so einem gewissen Bild verknüpft. Also, wie so Professoren zu sein haben. Ich begegnete vor einiger Zeit mal jemandem in Düsseldorf auf der Straße. Das war ein alter Bekannter meiner Eltern. Und ich war in Jeans und Turnschuhen unterwegs. Und dann fragte er, was machen Sie denn jetzt hier in Düsseldorf? Und ich sagte, ja, ich bin Juraprofessor an der Heinrich-Heine-Universität. Und dann guckte er mich so von oben bis unten an und sagte, so sehen heute Juraprofessoren aus. Und ja, und das erzähle ich jetzt, weil das in Bayreuth eben so witzig ist oder so witzig war für mich oder so ein Lernprozess war. Ich habe natürlich schön am Anfang Anzug und Krawatte getragen und stellte dann fest, Mist, wenn ich abends ausgehe, werde ich in einer kleineren Stadt wie Bayreuth mit 70.000 Einwohnern und fast eben so vielen Studierenden so ungefähr im Restaurant von Studenten bedient. Die sitzen auch am Nebentisch und die wohnen im selben Haus und kaufen im selben Supermarkt ein. Und dann sehen die plötzlich den Professor außerhalb der Vorlesung. Und wenn der Joggen geht morgens im Hofgarten, dann sehen die den auch in Joggingklamotten. Und das hat dazu geführt, dass ich dann irgendwann gedacht habe, okay, also diese, du kannst hier nicht so tun, als seist du irgendwie der feierliche Professor. Du bist eben doch Rupprecht-Potzun, der so wie er ist. Und das war auch eine sehr gute Lehre in Bayreuth. Aber es hat natürlich schon immer so ein bisschen das Abends-Weggehen in so einer Stadt wie Bayreuth, hatte dann eben immer zur Folge, man war eben dauernd auch wieder mit seinen Studis konfrontiert. Und deshalb war das immer so ein zweischneidiges Schwert, weil man vielleicht nicht jeden Abend immer sozusagen dann, also ab und zu musste ich einfach nach Nürnberg oder München fahren lassen. Das war auch klar. Aber ich habe den Heimathafen in guter Erinnerung. Das war so ein Lokal, so ein kleines, das fand ich echt super nett. Und jetzt fallen mir irgendwie die anderen netten Läden in Bayreuth gar nicht ein. Da bin ich jetzt fürchterlich ungerecht. Aber ich träume immer noch von der Tagliata bei dem Italiener da, die ich gerne gegessen habe. Also ja, es gibt gute Erinnerungen an die Bayreuther Zeit und war auf jeden Fall sehr, sehr schön da. Was hat Sie denn bewogen, Bayreuth zu verlassen und nach Düsseldorf zu wechseln? Ach, das sind dann immer sehr komplizierte Entscheidungen. Wir Professorinnen und Professoren, wir haben ja sozusagen nur die Möglichkeit, den Job zu wechseln, wenn wir mal berufen werden, irgendwo hin. Berufung heißt jetzt nicht, dass die einen anrufen und sagen, du musst jetzt hier hinkommen, sondern die schreiben eben eine Stelle aus. Das ist aber so, wenn man so spezialisiert ist wie ich, ist das relativ selten. Und dann muss man sich wirklich eben in langen, schlaflosen Nächten überlegen, was will ich jetzt mit meinem Leben anfangen. Und für Düsseldorf hat damals vor allem gesprochen, dass Düsseldorf in dem Bereich, in dem ich tätig bin, im Kartellrecht einfach eine absolut führende Stellung in Deutschland hat. Also wir nennen Düsseldorf oft die Hauptstadt des Kartellrechts. Die ganzen großen Anwaltskanzleien sitzen dort. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat eine ganz wichtige Rolle im Kartellrecht in Deutschland. Die Europäische Kommission in Brüssel ist sehr schnell erreichbar. Das Bundeskartellamt ist sehr schnell erreichbar in Bonn. Das ist einfach so ein Umfeld. Also wenn man Kartellrecht in Deutschland machen will, dann ist das einfach so ein Ökosystem sozusagen, in dem das einfach super gut möglich ist. Und das war im Wesentlichen einer der Hauptbeweggründe für mich, nach Düsseldorf zu wechseln. Sie haben eben das Bundeskartellamt schon angesprochen. Zwei Jahre, wenn ich richtig informiert bin, sind Sie ausgeschert und haben dort als Referent gearbeitet. Inwiefern bereichert Sie das in Ihrer Forschung heute, dass Sie auch so die Praxisarbeit im Amt kennengelernt haben? Also mein akademischer Lehrer und Doktorvater Josef Drexel, den ich sehr schätze und den ich nach wie vor super finde, der das Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb hier in München leitet, der hat immer gesagt, also Rupprecht, die praktische Arbeit, die hat dich kaputt gemacht für die Wissenschaft. Weil er immer so zu sagen, das war immer so ein bisschen so der, also es war natürlich so ein bisschen ironisch gemeint, im Sinne von, man kriegt dann eben einen Praxisblick, der einen vielleicht auch sozusagen von der Wissenschaft so ein bisschen entfernt. Also dass man sozusagen nicht mehr ganz so theoriegeladen, nicht mehr ganz so wissenschaftlich an Fragen herangeht, weil man eben auch die praktischen Bedürfnisse sehr viel stärker sieht. Ich habe das immer als große Bereicherung empfunden und ich bin mir sicher, dass Josef Drexel das auch durchaus als Bereicherung sieht. Aber es ist eben schon was anderes, wenn man mal sieht, wie ein Kartellfall in der Praxis geführt wird oder man selber irgendwie eine Entscheidung formulieren muss und einen Schriftsatz schreiben muss und ähnliches oder ob man das sozusagen rein wissenschaftlich angeht. Und das war für mich eine große Bereicherung für das, was ich dann später gemacht habe, also in der Wissenschaft. Und da erlebt man natürlich auch einfach Dinge, die für Studierende vielleicht dann das Ganze nochmal anschaulicher machen. Also das habe ich eigentlich sehr gemocht. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist in einem Fach wie Jura, wo man eben so einen sehr, sehr starken Anwendungsbezug hat, dass wir auch Leute haben an den Unis, die solche praktischen Erfahrungen mitbringen. Das muss nicht jeder machen. Ich finde es auch ganz wichtig, dass wir Leute haben, die in den Grundlagen des Rechts, meinetwegen in der Rechtsphilosophie oder Rechtsgeschichte ganz stark sind und die müssen auch nicht in der Anwaltskanzlei vorher tätig gewesen sein. Aber es schadet, glaube ich, auch nicht. Hat Sie dann die Arbeit von Andreas Mundt dort auch geprägt? Also wenn man ihn verfolgt, kann man ja schon sagen, er ist ein richtiger Kämpfer gegen die Giganten wie Google und Facebook. Andreas Mundt war damals noch Leiter der Grundsatzabteilung, in der ich dann auch zeitweilig gearbeitet habe. Und damals muss ich sagen, das war 2005 bis 2007, dass ich da war, waren diese Internetgiganten eigentlich noch kein großes Thema. Der damalige Präsident, der das Bundeskartellamt damals geleitet hat, war Ulf Böge, den ich als Führungspersönlichkeit auch echt geschätzt habe und der durchaus Eindruck auf mich gemacht hat. Auch mein erster Abteilungsleiter, Hartwig Wangemann, das waren Leute, von denen ich, ich meine, das sind ja so die typischen Schritte, man geht dann irgendwie in den Beruf und man hat so seine ersten Chefs und so. Konrad Ost war dann mein Referatsleiter. Das waren schon Leute, von denen ich viel gelernt habe, wo ich mir auch einiges abgeschaut habe und wo ich auch nochmal so irgendwie ganz unterschiedliche Typen gesehen habe, wie die Menschen motivieren und so. Das fand ich auch extrem hilfreich. Auch deshalb, weil ich jetzt als Professor habe ich eigentlich keine Person mehr, die mir so direkt vorgesetzt ist. Also natürlich habe ich eine Unipräsidentin, die schaut schon auch, was ich mache, eine Unirektorin, aber natürlich kontrolliert die mich jetzt nicht in gleicher Weise, wie es ein Referatsleiter in einem Amt tut. Und das war übrigens auch, also das fand ich schon auch sehr interessant und diese Leute waren auch klasse. Dieser Kampf gegen die Plattformen, für die Andreas Mund steht, also Kampf gegen die Plattformen ist jetzt vielleicht auch zu plastisch gesagt, aber der Versuch, die Macht der digitalen Plattformen etwas zu begrenzen, das ist einfach ein so drängendes Thema für uns geworden. Wir haben ja eben angefangen, als wir gesprochen haben, Frau Meier-Schneider, mit der Frage Kartellrecht, was macht das? Ja, das grenzt Macht ein. Ja, es geht für mich immer darum, Macht zu begrenzen. Und die haben eben eine Macht entwickelt über uns als Personen, über unsere wirtschaftlichen Aktivitäten, aber auch über die Gesellschaft und weit über das rein wirtschaftliche hinaus, die ich echt in vielen Bereichen bedenklich finde. Strategische Führung, dazu haben Sie mit den, in den RHI-Kontexten mit Martin Langen heute auch schon gesprochen. Das Video finden alle auf dem YouTube-Kanal des Roman-Nazurk-Instituts. Auf einer Plattform, ja klar, wo sonst. Auf einer Plattform. Genau. Wenn Sie auf die Macht zurückkommen, ist das der Beitrag, den Kartellrecht, Wettbewerbsrecht bei strategischer Führung leisten kann? Und was erwarten Sie sich von Menschen, die Gesellschaften führen in Hinblick auf wettbewerbsrechtliche Vereinbarungen? Also wenn ich das ganz knapp zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, Wettbewerb ist erstmal die Macht, die Anerkennung der Macht der Privaten. Ja, und das Vertrauen darauf, dass Menschen schon stark sind und gut sind, wenn sie tätig werden, ja, und dass die Ideen haben, dass die kreativ sind, dass die innovativ sind und dass man die erstmal machen lassen soll. Also das ist sozusagen mal erstmal mein Ausgangspunkt. Du kannst was, ja, als Einzelner. Du bist gut und wir geben dir jetzt auch den Rahmen dafür, das leisten wir mit Kartellrecht beispielsweise, dass du dich entfalten kannst. Im Kartellrecht geht es dann immer um die wirtschaftliche Entfaltung, aber es gilt natürlich auch für sonstige Lebensbereiche. Ja, mach was aus deinem Leben, du kannst das, vertraue dir selbst und nimm dein Schicksal in die eigene Hand. Das ist mal sozusagen mein Starting Point. Und dafür kämpfe ich und dafür möchte ich den rechtlichen Rahmen so gestalten, dass das funktioniert. Und dann braucht es sicherlich auch Führung, ja. Aber Führung ist dazu durchaus so ein bisschen gegengesetzt, ja. Also das ist durchaus etwas, was ja dann wieder Vorgaben macht, was Menschen vielleicht auch einschränkt und so. Und da, das war, also ich werbe jetzt hier nochmal für die RHI-Kontexte vielleicht auch durchaus spannend im Gespräch mit Herrn Lang, sozusagen, dass man diesen Gegensatz vielleicht auch nochmal so ein bisschen in den Blick nimmt und dass man sich eben immer wieder mal fragt, was können wir Leuten zumuten, was können die selbst entscheiden und wo braucht es den Staat oder vielleicht die ganze Denkrichtung überhaupt umzudrehen. Ja, erstmal gehen wir mal davon aus, das funktioniert schon, ja. Und dann sich zu fragen, wo brauchen wir denn jetzt die Eingriffe, statt immer sofort irgendwie danach zu rufen, dass mich jemand führt. Ja, also bitte nicht. Sie haben uns schon wissen lassen, dass Sie bei Josef Drexel an der Ludwig-Maximilians-Universität in München habilitiert haben. Thema war Ihrer Schrift Wirtschaftsordnung durch Zivilgerichte und für diese Arbeit haben Sie auch den Roman Herzog Forschungspreis gewonnen. Herr Potzun, führen Sie uns doch mal kurz Ihre Erfahrungen in Bayern. Was unterscheidet denn den Bayern vom Sauerländer? Dort sind Sie in Briand geboren. Ja, also die Sauerländer werden gerne auch mal als die Bayern Nordrhein-Westfalens bezeichnet. Die sind nämlich ähnlich konservativ in der politischen Ausrichtung. Friedrich Merz kommt aus meiner Stadt, ja, also um da eine Vorstellung von zu geben, was das bedeutet. Den Sauerländern wird ja auch so eine gewisse Sturheit zugeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob das alles immer so stimmt mit diesen Klischees. Manchmal ist es ja auch so, dass da, wo man vielleicht etwas festere Strukturen hat, manchmal auch die Freiräume viel größer sind, weil es sozusagen so eine gewisse Absicherung gibt. Vielleicht verbindet das Bayern und Sauerländer. Aber ich muss gestehen, dass ich von der Zeit in Bayreuth abgesehen, und das ist ja wiederum nicht Bayern, sondern Franken, habe ich ja nur in München gelebt. Und ob München jetzt wiederum für die Bayern steht, also Frau Meierschneider, ich merke, das ist hier ganz, ganz dünnes Eis, auf das Sie mich führen wollen. Da sage ich mal lieber gar nichts mehr zu. Ich frage Sie trotzdem noch mal weiter. In München, Oktoberfest, Brilon, wie spreche ich das richtig? Brilon, sagen wir. Wie sagen Sie? Gut, wirbt die Stadt unter anderem mit dem Highlight des jährlichen Schützenfestes. Haben Sie mal eins besucht? Ja, also da kommt man nicht drum herum. Aber beide Feste, Oktoberfest und Schützenfest, ist jetzt nicht so mein Spezialgebiet, um das mal so zu formulieren. Gut, dann versuche ich es noch mal mit einem anderen Spezialgebiet von Ihnen, nämlich der Autorschaft. Es gibt in Ihrem Geburtsort eine Buchhandlung Potzun. Sind das Verwandte? In der Tat. Das heißt, der Kontakt zu Büchern wurde Ihnen eigentlich schon in die Wiege gelegt? Ja, das ist ganz witzig. Also mein Vater ist Buchhändler und Verleger und betreibt unter anderem diese Buchhandlungen, hat auch einen Verlag für ein Nischenthema, nämlich Motorbuchliteratur. Das ist also was ganz Irres für, was man mit mir jetzt auch nicht so primär vielleicht in Verbindung bringt. Also wenn Sie sich für Traktoren, Lastwagen, Krane, Bagger und sowas interessieren, dann sollten Sie das Sortiment des Potzun-Verlags mal auschecken. Interessant oder witzig fand ich daran immer, dass wenn Dinge so selbstverständlich sind, wie es jetzt bei mir beispielsweise Bücher waren, dann merkt man das ja oft gar nicht so. Also das Selbstverständliche ist halt da. Das war für mich natürlich sicherlich auch sehr prägend. Aber ich merke dann manchmal, es gibt Leute, die haben dann so eine bildungsbürgerliche Kultur, in der das Buch so ganz besonders wertgeschätzt wird oder wo man sich dann auf seine Literatur und so weiter etwas einbildet. Das ist bei mir gar nicht so ausgeprägt, weil das sozusagen, es war immer irgendwie, es war immer da, das war völlig normal, das war selbstverständlich, es war auch immer ein Handelsgut. Mein Vater ist dann natürlich auch Unternehmer und nicht nur Buchliebhaber, sondern immer 51 Prozent Unternehmer und nur 49 Prozent Buchliebhaber. Und insofern ist diese Prägung absolut da. Aber vielleicht anders, als man sich das so von außen vorstellen würde, dass man jetzt denkt, da wird sonntags bibliophil in der alten Goethe-Ausgabe geblättert. Also sowas hat es für uns ja nicht gegeben. Herr Potts, und jetzt haben wir gerade über Ihren Vater gesprochen. Wie hat Ihre Mutter Sie geprägt? Puh, auch das ist natürlich ein abendfüllendes Thema wahrscheinlich. Aber wenn ich jetzt so an die Kontexte denke, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, also meine Mutter ist Lehrerin oder war als Lehrerin tätig. Sie sagt immer, dass also meine Lehrpreise würden eigentlich ihr zustehen, wahrscheinlich sozusagen im Sinne von, sie hat mir da vielleicht so ein gewisses didaktisches Element mitgegeben, das für mich sicherlich auch ganz wichtig war. Und vielleicht auch so eine Offenheit, mit jungen Leuten umzugehen und auf junge Leute zuzugehen. Und das hat mich sicherlich auch sehr geprägt. Also ich glaube, dass da schon auch, wenn ich das jetzt mal so auf die Schnelle reflektiere, wahrscheinlich schon vieles in dem, was ich beruflich tue, auch so ein bisschen aus dieser Lehrerrichtung kommt. Abgesehen davon, dass ich natürlich Lehrerkind bin, insofern also einerseits Unternehmerkind, aber andererseits auch Lehrerkind im Sinne von, auf Lernen und so wurde schon auch Wert gelegt. Das war natürlich bei uns schon auch ein Thema und das war sicherlich auch nicht ganz schädlich fürs Studium. Sie selbst haben auch ein Buch geschrieben. Ja, mehrere, Frau Meierschneider inzwischen. Mehrere als Wissenschaftler, aber auch ganz früh noch in Ihrer Studienzeit. Okay, jetzt graben Sie aber wirklich. Haben Sie Lust, das mit uns zu teilen, Herr Potsund? Jetzt graben Sie aber wirklich in den Untiefen der Suchmaschinen. Gut, dann graben alle geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal in den Untiefen der Suchmaschinen. Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben. Gerne an tms.romanherzoginstitut.de. Sagen Sie mir doch, was Herr Potsund geschrieben hat als junger Mann. Herr Potsund, als Autor haben Sie auch andere Texte verfasst. Für einen haben Sie den Michael-Alten-Preis der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gewonnen. Wie ist es dazu gekommen? Ja, das ist eine Geschichte, die mich bis heute auch erstaunt und freut irgendwie. Der Michael-Alten-Preis, der erinnert an den zu früh verstorbenen Filmkritiker Michael Alten, der bei der Süddeutschen und der FAZ vor allem tätig war. Und in Erinnerung an den wird dieser Preis vergeben von einer Jury, den Preis stiftet die FAZ, für Texte, die sich irgendwie, also die so wie eine Kritik, wie eine Filmkritik, eine Buchkritik oder so mit Kultur auseinandersetzen. Und ich habe mal für das Portal nachtkritik.de, das ist ein Theaterportal, auf dem sozusagen über Nacht Theaterkritiken geschrieben werden für die Premieren, die am Vorabend gelaufen sind. Für nachtkritik.de habe ich mal einen Text geschrieben über eine Gerichtsverhandlung, die in München stattgefunden hat. Und zwar auch so wie so eine quasi Theaterkritik, ja, dieser Gerichtsverhandlung. Und ja, dieser Text hat offenbar den Juroren sehr gut gefallen. Und dafür bin ich mit diesem Preis ausgezeichnet worden, was mich echt total gefreut hat. Also man freut sich ja immer, wenn man einen Preis kriegt. Aber natürlich, wenn man den dann für etwas kriegt, was sozusagen nur so ein Beiwerk zu dem ist, was man sonst so tut, ist es natürlich nochmal irgendwie was ganz Besonderes, zumal ich viele der Leute, die diesen Preis vergeben oder die dann sozusagen im Umfeld dieses Preises sind, einfach als Zeitungsleser verehre und mich daran freue. Aber dieses Gerichtsverfahren, über das ich berichtet habe, das war auch einfach so witzig und so packend. Da ging es um eine Inszenierung von Frank Kastorf, den viele sicherlich als Regie-Star kennen und als jemanden, der Texte zertrümmert. Und der hatte ein Stück inszeniert von Bertolt Brecht, hier in München am Residenztheater. Und die Brecht-Erben sind gegen ihn vorgegangen, weil er in diesen Text, den er zur Aufführung gebracht hat, fremde Texte reingemischt hatte. Und das ist ein Verstoß gegen das Urheberrecht möglicherweise. Und darum ging es in dieser Gerichtsverhandlung. Und diese Gerichtsverhandlung hatte halt echt alles, was man sich so an Komik, an Dramatik, an Tragik vorstellt. Es war herrlich und ich denke da heute noch gern dran zurück und empfehle den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts gerne nochmal. Die müssen ja eh schon viel googeln bei uns hier vor Meierschneider. Dann sollen sie nochmal den Text, bitte nix mixen, googeln auf nachtkritik.de über diese Gerichtsverhandlung. Da kann man sehen, worum es da ging. Sehr gerne. Ich würde trotzdem noch gerne nennen, auch für alle Zuhörerinnen, um das zu kontextualisieren. Sie haben es eben nicht genannt, aber die Jury, da gehören ja die Schauspielerinnen Claudia Michelsen, der Schriftsteller Daniel Kehlmann und die Filmregisseure Dominique Graf und Tom Tick war an, also Größen des nationalen Kulturbetriebs. Und mit dem Preis wird eine Form der Kritik laut der Jury gewürdigt, in der analytische Schärfe und Emotionen einander bedingen und ergänzen, also unbedingt googeln und nachlesen. Das war ein Zufallstreffer, sage ich jetzt mal. Ich glaube, bei der Preisverhandlung, das fand ich übrigens so süß, da hat der Claudius Seidel von der FAZ gesagt, also da werden dann immer so verschiedene Texte nominiert und dann hat er so gesagt, ja, also die, die jetzt nicht den Preis gekriegt haben, die sollen nicht traurig sein, weil so Preise, die schlagen wie Meteoriten irgendwo ein, mal landet es im eigenen Garten, mal im Garten des Nachbarn, man kann das nicht steuern, man weiß es auch irgendwie nicht, aber dieses Bild hat mir total gut gefallen, weil ich dachte, ja, eigentlich ist es so, da kommt so, dieser Preis kommt irgendwie so über mich, zufällig hätte auch wirklich jeden anderen treffen können, die anderen hätten es natürlich auch alle verdient gehabt, aber dieses Bild von dem Meteoriten einschlagen, das fand ich einfach witzig. Der landet halt mal im eigenen Garten, da muss man sich freuen und dann ist es halt so. Nachdem dieser Meteorit bei Ihnen eingeschlagen ist und mit dem Blick nach hinten mal gerichtet, Herr Pottson, was würden Sie Ihrem Jüngeren selbst denn heute empfehlen, wenn Sie Ihren Werdegang anschauen? Hm, jetzt kommen wir also zu den ganz schwierigen Fragen, zu den Selbstreflexionsfragen. Also, ich glaube, das Wichtigste, was ich mir so selber noch mal sagen würde, ist, ich, du musst so viel ausprobieren, wie du nur kannst. Ja, also das finde ich auch, ist doch irgendwie eine Erfahrung, die man, je älter man wird, macht, wie schwer es wird, noch mal auszubrechen aus dem, was man, also aus den Faden auszubrechen, auf denen man ist, dass man eben viele Erfahrungen als junger Mensch problemlos sammeln kann, die später schwieriger zu sammeln werden. Also, weil man dann irgendwie im beruflichen Kontext eingebunden ist, weil man familiär eingebunden ist oder Sonstiges. Und das ist als junger Mensch natürlich schon echt toll, ja, dass man so viel machen kann, den Geist offen zu halten für andere Disziplinen und Fächer, für das Ausland und so. Also, das sind so Dinge, wo ich jetzt heute sagen würde, das hat mich alles auch wahnsinnig geprägt, wenn ich da irgendwie so Erfahrungen gemacht habe und wo ich vielleicht auch die eine oder andere Erfahrung hätte machen können, die ich dann aus irgendwelchen damals so vermeintlichen Sachzwängen oder so nicht gemacht habe. Und davon sollte man sich frei machen und das alles so lange wie möglich irgendwie voll ausnutzen, dass man diese jugendliche Freiheit und Unbekümmertheit hat. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, wenn ich das jetzt so sage, ist das natürlich auch mit einer gewissen Bitterkeit vermischt für diejenigen, die jetzt 16, 17, 18, 19, 20 sind und zwei Jahre lang zu Hause gesessen haben wegen der Pandemie. Die müssen dann vielleicht die geistigen Abenteuer im Kopf unternehmen, aber das ist natürlich ein schlechter Ersatz für die Weltreise, die man sonst macht. Geistige Abenteuer im Kopf unternehmen. Vielleicht haben Sie eine Empfehlung noch für uns alle zum Abschluss unseres Gesprächs. Wählen Sie doch einfach. Haben Sie drei inspirierende TED-Talks, die jeder Zuhörerin einmal angeschaut haben sollte? Alternativ könnten Sie uns noch ein Buch empfehlen, Ihr Lieblingsgericht oder vielleicht ein Reiseziel? Okay, also bei den TED-Talks bin ich raus. Ich bin jemand, der noch sehr viel liest und nicht so viel auf dem Bildschirm starrt und muss auch gestehen, dass ich durch meine Beschäftigung, meine fachliche Beschäftigung mit den Plattformen auch immer sehr skeptisch gegenüber Hypes bin in jeder Hinsicht und bei den TED-Talks, da schwingt mir einfach, das ist so ein Format, das ertrage ich nicht so richtig gut, weil ich dazu sehr so diese Aufmerksamkeitsmechanismen sehe, die ich eigentlich schrecklich finde. Also meine Freunde lachen sich über mich oft kaputt, weil ich lese Zeitungen noch in Papier und bin immer noch treuer Abonnent einer großen deutschen Tageszeitung, die in München erscheint. Wir haben heute schon so viel Werbung im Podcast gemacht. Zeitungen in Papier? Das Tolle am Zeitungslesen ist ja, also ich kann das nicht auf dem Tablet lesen, weil das Tolle beim Zeitungslesen ist ja, dass der Blick so umherschweift und an irgendetwas kleben bleiben kann, ohne dass man es will. Und auf dem Tablet, wenn ich auf dem Tablet die Zeitung lese, dann klicke ich bestimmte Dinge an und muss mich entscheiden, das will ich jetzt lesen, das will ich nicht lesen und so weiter. Und so dieses, diese Aufmerksamkeit einfach mal so wegzulassen oder so dieses, auch eben, deshalb komme ich jetzt von den TED-Talks darauf, ja nicht sozusagen so hingesteuert zu werden, du musst das jetzt, das ist jetzt hier das ganz wichtige Ding und so weiter. Das interessiert mich nicht, ja. Also das ist sozusagen, wenn es wichtig ist, dann wird das schon sozusagen in meiner normalen Newsline irgendwann aufpoppen. Aber die, aber sozusagen das, was von außen kommt, womit ich nicht rechne, der Bericht in der Zeitung über irgendeine Ausstellung, die ich mir im Leben nicht ansehen würde, aber wo ich an irgendwas hängen bleibe und plötzlich lese ich irgendwie 150 Zeilen über den Impressionismus und dann lese ich irgendwie, was weiß ich, die Meldung, was gerade in der deutschen Betonmischerbranche abgeht oder was auch immer, ja. Das sind für mich die viel wichtigeren Inspirationen, also eher diese zufälligen, mit denen ich gar nicht rechne oder die Sachen, die mich in Dinge führen, von denen ich keine Ahnung habe und die mich auch gar nicht interessieren. Das ist mir viel wichtiger als alles andere sozusagen. Und also deshalb keine TED-Talks. Was wollten Sie jetzt nochmal von mir wissen oder reicht das schon als Inspiration? Lest doch Zeitung, Leute. Ja, und zwar eine gedruckte Zeitung auf Papier, solange es noch Papier gibt und solange es noch Zeitungen gibt. Und da steckt schon so viel an Inspiration drin. Das muss genügen und das würde ich empfehlen. Bessere Abschlussworte gibt es gar nicht für unser Gespräch. Herr Professor Pottson, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Ihre Ideen und Ihren Werdegang mit uns geteilt haben. Sehr gerne, Frau Meierschneider. In den RHI-Kontexten spricht Geschäftsführer Martin Lang mit Professor Ruprecht Pottson darüber, was Wettbewerbsrecht mit strategischer Führung noch weiter zu tun hat. Den Link finden Sie in der Storyline. Schauen Sie doch mal rein. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast in zwei Wochen wieder anschalten und geben Sie mir gerne eine Bewertung oder hinterlassen Sie einen Kommentar. Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meierschneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!